Ich arbeite seit 25 Jahren ehrenamtlich für Plan, aus Überzeugung. Ich war in vielen Ländern und habe die Arbeit von Plan leibhaftig erlebt. Ich weiß, dass es nur eine Chance gibt, dem Kreislauf der Armut zu entfliehen. Das ist Bildung. Bildung, Bildung. Es gibt 64 Millionen Mädchen, die keinen Zugang zur Schule haben. Mädchen, die unter 18 Jahre verheiratet werden und in dem Kreislauf der Eltern gefangen sind, weil sie auch wieder heiraten, Kinder kriegen und keine Chance haben auf Bildung.